Was ist die Pressekonferenz? Jetzt darf ich die Runde vorstellen, Ladies first, zunächst die Schirmherrin des gesamten Projekts, Barbara Klein zu ihrer Rechten, Dr. Kurzius von der KITZ GmbH, zu meiner Linken den Oberbürgermeister Horst Schneider und ebenfalls von der Stadt Offenbach bei uns Dr. Schulze Böhing neben ihm und zu guter Letzt auch Ralf Kersten an seiner Seite. Ich gebe dem Oberbürgermeister jetzt erstmal das Wort, der ein paar Worte über dieses Projekt verlieren wird. Bitteschön. Ja, schönen Dank auch von mir. Schönen guten Morgen, meine Damen, meine Herren, auf der höchsten Erhebung unserer Heimatstadt, dem Biberer Berg. Einer meiner Lieblingsorte in meiner Heimatstadt, auch wenn heute nicht Fußball gespielt wird, haben wir ein Thema, was mit Fußball zu tun hat. Ja, wir sind ja aktuell wieder in einer sehr fußballintensiven Zeit und was liegt es näher, als den Fußball auch dazu zu nutzen, Jugendliche eine Brücke in den Beruf zu bauen. Und das begrüße ich außerordentlich, weil wir sind eine sehr junge Stadt. Bei uns werden jährlich über 1000 Kinder geboren. Wir haben den demografischen Wandel mit seiner positiven Seite. Unsere Stadt wächst und wir investieren nicht nur Geld in so ein tolles neues Fußballstadion, sondern auch ungleich viel mehr Geld in unsere Krabbelstuben, unsere Kitas, unsere Schulen. Und wollen damit die junge Generation fit machen auf die Anforderungen der Zukunft. Und da wissen wir aus vielen Erfahrungen, die Schule kann noch so gut sein. Beruf, Arbeitswelt ist was völlig anderes. Und da müssen immer wieder neue Wege gefunden werden, um diesen Übergang zu erleichtern und auch Jugendliche zu stärken, ihnen Selbstbewusstsein zu vermitteln, damit sie diesen entscheidenden Schritt schaffen. Und dafür sind solche Projekte, die auch aus dem EU-Sozialfonds finanziert werden, absolut notwendig und begrüßenswert. Und ich freue mich, dass mit dem UFC, mit Barbara Klein, mit der Gründerstadt, mit der Mainarbeit viele am gleichen Ziel arbeiten. Vielen Dank, Herr Schneider. Dann würde ich jetzt, damit wir vielleicht noch mal kurz dieses Projekt im Gesamten vorstellen, Ralf Kersen das Wort geben, der dazu noch mal ein paar Sätze sagen kann. Ja, das Projekt ist ein Projekt der Stadt Offenbach, hat mehrere Anteile und mehrere inhaltliche Schwerpunkte. Der erste inhaltliche Schwerpunkt ist, Jugendliche dabei zu unterstützen, ihren Schulabschluss zu schaffen. Das heißt, wir arbeiten in den achten Klassen und bieten Jugendlichen in den Ferien noch mal zusätzlich Programm an, damit sie auch ihre sozialen Kompetenzen stärken können. Aber eben auch in den Zwischenzeiten in der Schule bereiten wir sie zusätzlich auch vor auf Prüfungen, auf Arbeiten, auf alles, was so ansteht. Und das ist wichtig noch mal zu sagen, das sind viele Jugendliche, die sich sonst keine Nachhilfe oder andere Unterstützung auch leisten können. Deshalb ist das auch ein zentraler und wichtiger Ansatz. Das zweite ist, wir wissen, dass der Übergang von der Schule in den Beruf, in die Ausbildung nicht so klappt, wie wir uns das vorstellen. Deshalb werden wir noch mal zusätzlich versuchen, intensiv Kontakte zwischen Betrieben und Jugendlichen herzustellen. Wir glauben, dass diese Form der Beziehung und der Begegnung eine ganz zentrale ist, um tatsächlich Ausbildungsplätze auch zu besitzen. Und das dritte Schwerpunkt mäßig ist, dass Jugendliche, die die Schule beendet haben oder die noch nichts gefunden haben, die bei der Mainarbeit sind, dass sie noch mal zusätzlich Unterstützung kriegen, lernen, das wird aber Herr Kurzius noch mal im Detail zwei, drei Sätze dazu sagen, dass sie noch mal lernen, auch den Weg in die Gesellschaft zu finden und über Praktika dann auch tatsächlich bei Betrieben auch landen. Dankeschön. Dann vielleicht schließen wir die linke Seite dann noch hier von meiner Seite aus ab. Ein paar Worte dazu von Dr. Schulze-Böing. Ja, das Projekt ist ein weiteres Projekt in den Bemühungen der Arbeitsförderung der Stadt, den Übergangsschuleberuf insgesamt besser zu machen. Wir hatten eine ganze Reihe von Projekten, auch Herr Kersten war darin involviert. Mit dem Titel Regionales Übergangsmanagement, das machen wir immer in einem Netzwerk mit Partnern. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt hier die Partnerschaft auch mit den Kickers gefunden haben. Sport ist ein ganz wichtiger Identifikations- und Motivationsfaktor, wenn wir ihn sozusagen auch für das Ziel mit einsetzen können, umso besser. Aber auch die Partner in der Wirtschaft sind für uns sehr wichtig und das machen wir hier in Offenbach immer in einem engen Netzwerk. Ich will vielleicht noch einen Punkt nennen. Wir lesen ja fast jeden Tag in den Wirtschaftsteilen der Zeitung über den Fachkräftemangel, der in der Region, aber auch darüber hinaus uns droht. Und da geht es natürlich darum, wirklich auch die letzten Potenziale zu mobilisieren, sozusagen nicht nur um jungen Menschen zu helfen, sondern um einfach auch sozusagen die Zukunft der Wirtschaft in der Region zu sichern. Und wir sehen dieses Projekt auch als einen kleinen Beitrag zu diesem wichtigen Ziel in der Region. Dankeschön. Wir haben es ja schon kurz erwähnt, das Ganze ist ein Projekt der Stadt Offenbach und der Kitz GmbH. Und als Schirmherrin fungiert auch von Seiten der Offenbacher Kickers Barbara Klein. Barbara, vielleicht auch von deiner Seite kurz ein paar Worte. Ist das auch ein Stück weit Herzensangelegenheit, dass du gesagt hast, hier möchte ich mich engagieren, hier möchte ich mitmachen? Das kann man wohl laut sagen. Als Lars Kistner mich informierte darüber, dass dieses Projekt startete, habe ich spontan, ohne eigentlich lange zu überlegen, Ja gesagt, weil es auch meiner Mentalität entspricht. Oder es in unserem Haus eigentlich schon immer so war, dass wir gerne jungen Leuten geholfen haben, jungen Leute unterstützen. Und als ich von diesem Thema hörte, hat es mich eigentlich fasziniert, denn ich bin einfach der Meinung, dass wir junge Leute unter uns haben, die noch keinen Schulabschluss haben. Andere machen die mittlere Reife oder das Abitur, die haben es ins Berufsleben einzustarten, wesentlich einfacher als andere, die einen normalen Berufsabschluss nur haben. Und da habe ich gesagt, es ist einfach wichtig, dass Jugend ist unsere Zukunft, ist unsere Wirtschaft. Das hat mit dem Wort Rente gar nichts zu tun, weil ich das verabscheue, dass wir immer sagen, wir brauchen die Jugend, um die Rente zu sichern. Das ist nicht so. Wir brauchen jungen Leute. Und müssen sie in den Beruf eingliedern, damit sie unsere Wirtschaft einfach stabilisieren und dem was geben. Und demzufolge habe ich gesagt, das ist die tollste Idee, die es eigentlich gibt, dass wir, die Offenbacher Kickers, Sport verbindet, sage ich immer. Sport ist wichtig, auch für junge Leute, damit sie sich abreagieren können, damit sie einfach auch ihren, weil ich immer sage, Beruf und Sport gehört zusammen, also Geist und körperliche Tätigkeit. Und da finde ich das sehr gut, dass wir einfach bei uns bereit erklärt haben oder ich mich bereit erklärt habe, unsere Sponsoren mit zu involvieren und ihnen demnächst zu sagen, es ist wichtig, dass wir, die Offenbacher Kickers, in Verbindung mit den Sponsoren bereit sind, Praktikantenplätze zur Verfügung zu stellen oder sogar Ausbildungsplätze. Und auch die jungen Leute zu formen und die zu aktivieren oder ihnen zu sagen, das Leben besteht nicht nur aus Halligalli, sondern es besteht auch etwas zu tun. Und wir wollen alle, auch diese jungen Leute, die jetzt Halligalli machen oder meinen, der Beruf ist nicht wichtig, haben doch im Unterbewusstsein und ihrem Herzen das Gleiche, wie wir auch, etwas leisten, verdienen und eine Familie zu gründen. Und deswegen war das mein Anliegen, spontan und sofort Ja zu sagen. Vielen Dank, Barbara. Und ich habe es schon gesagt, Mitinitiator des ganzen Projektes ist die KITS GmbH. Und als Vertreter begrüßen wir heute auch Dr. Bernd Kurtius, der jetzt auch noch ein paar Worte zu dem Projekt sagen wird. Ja, vielen Dank. Also ich stehe für das Teilprojekt 2. Da geht es also um die Zielgruppe derer, die bereits aus der Schule raus sind, aber eben noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Und unser Ziel ist es genau, diese Vermittlung hinzubekommen. Das Projekt heißt ja Brücke in den Beruf. Und wenn man sich die Brücke so vorstellt, zwei Pfeiler, dann ist da eine Pfeiler, das sind denn eben die Jugendlichen. Da muss ja auch noch ein bisschen was getan werden. Da fehlt es teilweise an Motivation, an Selbstbewusstsein, an persönlichen Zielen. Wir sind also dann im ersten Schritt dabei, hier genau anzusetzen und persönliche Ziele mit Ihnen gemeinsam zu entwickeln. Auch dass Sie eine realistische Sicht auf die Dinge bekommen und gucken, worauf kommt es wirklich an, das lernen Sie bei uns. Und auf der anderen Seite haben wir die Unternehmer und hier freue ich mich auf die Kooperation mit dem UFC. Der Sponsorenpool, Kickers Club wird dabei sein. Praktikumsplätze bereitstellen, dann auch Ausbildungsplätze. Da bin ich sehr gespannt und froh. Und der Brückenschlag ist genau, dann diesen Einstieg zu schaffen über ein Patenprogramm, über Praktika dann. Wir werden auch das Thema Gründergeist behandeln, weil wir die Erfahrung gemacht haben, Menschen, die sich auf Selbstständigkeit vorbereiten oder sich mit dem Thema auseinandersetzen, die wissen dann auch mehr, wie Wirtschaft tickt und können sich dann auch besser dort eingliedern. Das ist nochmal ein Aspekt, der unser Teilprojekt ausmacht. Vielen Dank. Dann darf ich an der Stelle auch noch sagen, dass wir einzelne Schüler heute hier begrüßen dürfen. Herzlich willkommen in die Runde, die an diesem Projekt teilnehmen und sicherlich dann auch gleich nach dem offiziellen Teil dieser Pressekonferenz für Fragen zur Verfügung stehen. Aber nun stehen natürlich erstmal die Herren hier vorne an meiner Seite und die Damen, Entschuldigung, für Fragen zur Verfügung. Wenn es welche gibt, jetzt ist eine gute Gelegenheit dafür. Bitte schön. Frage an Barbara oder? Ja gut, die Möglichkeit besteht natürlich immer. Wir unterstützen es auch sehr gerne. Klar, wenn die Möglichkeit da ist und das Interesse auch besteht, eventuell in Form einer Praktikantenstelle da auszuhelfen. Hier auf der Geschäftsstelle muss man dann halt im individuellen Fall gucken, inwiefern das möglich ist, weil wir da auch immer sehr viele Anfragen bekommen. Aber da sind wir natürlich gerne dann auch unterstützend aktiv. Und wie gesagt, der andere Teil wurde ja schon angesprochen auch, dass da eben die Partner auch vom UFC gerne helfen und versuchen da den idealen Platz für die Schülerinnen und Schüler, die an diesem Projekt teilnehmen, zu finden. Aber ich glaube, man soll aber auch sagen, dass schon einige Jugendliche hier ein Praktikum hier bei den Offenbacher Kriegers absolviert haben, teilweise auch dann in die Ausbildung übernommen wurden. Das ist natürlich alles nur begrenzt. Man kann keine zwei, drei auf einmal, sondern man kann es nur Step by Step machen. Einen, der dann, man versucht, die optimale Ausbildung ihnen zu geben. Aber das wurde bei den Offenbacher Kickers eigentlich so lange, wie ich zu dieser Institution hier gehöre, eigentlich schon immer praktiziert. Und das wird auch weiter so sein. Ich habe aber noch etwas anderes zu sagen. Die Jugendlichen, die wir alle hier versuchen, an dem Beruf heranzuführen, das hat sie in der Praxis schon gezeigt, dass auch dann technische Berufe erlernt werden können oder erlernt werden, dass man drei Jahre oder dreieinhalb Jahre Lehrer absolviert wurde, dass die jungen Leute dann erkannt haben, dass sie einfach sich weiterbilden können, dass aus diesen jungen Leuten auch irgendwann mal schon Jungunternehmer geworden sind. Ich glaube, das können Sie mir bestätigen oder ich kann das aus dem Freundeskreis bestätigen. Und dafür ist ja die Firma Ostpol auch da, die jungen Unternehmer unterstützen. Ich glaube, das ist eine wunderschöne Konstellation. Wir haben den Verein, wir haben die Stadt, wir haben die Politik, wir haben unseren Willen, den wir alle haben, und haben Ostpol, den die ganzen jungen Leute auch motivieren und unterstützen, dann auch sich selbstständig zu machen. Und ich glaube, das ist doch ein ganz wunderschönes Gesamtpaket, wo die jungen Leute eigentlich sagen müssen, das sollten wir nutzen. Und weil du jetzt gerade auch gesagt hast, dass es da auch schon die einen oder anderen Praktikanten gab, die übernommen wurden. In dem Zusammenhang kann man, glaube ich, auch mal erwähnen, dass wir ja in der Hinsicht auch mit unserem Schulprojekt nochmal an einer ganz anderen Stelle ansetzen und die Schülerinnen und Schüler auch motivieren, mit guten Noten hier sich eine Dauerkarte zu verdienen. Das geht jetzt ins vierte Jahr. Das werden wir auch in diesen Tagen wieder veröffentlichen. Also da sind wir auch schon in dem Zusammenhang sehr aktiv gewesen in der jüngeren und schon fast etwas längeren Vergangenheit. Ja, und zum Kickers Club kann man an der Stelle vielleicht auch noch sagen, dass es da rund 200 Partner gibt und natürlich große Möglichkeiten auch bestehen, da Kontakte herzustellen und die Jugendlichen zu vermitteln. Ja, das war eigentlich der wichtige Punkt. Herr Kissner hat mir das am Samstag berichtet, dass jetzt in der nächsten, da gibt es wohl so quasi Sponsoren-Treffen, dass das bei dem nächsten Treffen dort ein zentrales Thema sein wird. Und Fußball ist ja nicht nur für die Jugendlichen, sondern auch für die regionale Wirtschaft ein Identifikationspunkt. Und wenn man sich das mal anguckt, ist das sozusagen die Creme de la Creme der regionalen Wirtschaft. Und wenn sozusagen Kontakte dorthin geschlossen werden können, kann das auch für unsere Jugendlichen ein ganz großes Fund sein. Und das wird jetzt als einer der ersten Schritte im Projekt eingestellt. Also in dem Schulprojekt sind um die 30 bis 40 Jugendliche im Moment drin. Wir starten gerade jetzt am Wochenende nochmal zusätzlich mit einer neuen Gruppe. Wir haben angefangen mit einer Gruppe von 22 in den Osterferienwochen. Und jetzt findet am Wochenende nochmal mit weiteren 16, 17 Jugendlichen da. Wobei das eben nochmal betont werden muss, das ist auch für die jungen Leute freiwillig ein Angebot. Es ist nicht mit Zwang verbunden, aber es ist in enger Kooperation natürlich erstens mit allen Partnern. Und zweitens auch mit den Schulen, dass wir mit den Lehrern auch Rückmeldungen geben können, was für Entwicklungen da sind. Und für das zweite Teilprojekt müsste Bernd was dazu sagen. Genau, da haben wir jetzt 40 Teilnehmer, insgesamt werden wir 170, also 170 Teilnehmer sind geplant für die Gesamtlaufzeit. Das ist dann einmal die Vorbereitung, dann gehen Sie jetzt ins Praktikum und die Vermittlungsphase und dann die verschiedenen Staffeln überschreiten sich zeitlich teilweise. Insgesamt wollen wir etwa 600 Jugendliche erreichen, vielleicht auch ein paar mehr in der gesamten Projektzeit erreichen und auch intensiv fördern. Wir sitzen ja hier bei einem UFC und es gab ja auch schon die Möglichkeit, die jüdlichen Meinungen zu trainieren in den Jugendmannschaften vom UFC. Welche Rolle spielt es auch, neben der Praktikumsarbeitsvermittlung, diese sportliche Komponente dann einzubringen als Innovationsleistung? Oder was auch immer, wie wird sich das fortsetzen? Herr Kurt, dazu kann ich was sagen. Also wir haben ja bereits zwei Veranstaltungen gemacht. Das eine war eine Stadionführung mit der ersten Staffel. Jetzt hatten wir gerade vor kurzem ein Probetraining mit der U19-Mannschaft des UFC und interessierte Teilnehmer aus unserem Projekt. Gemeinsames Training, das war eine tolle Sache. Da gibt es auch einen kleinen Film drüber auf der UFC-Website. Wie wird sich das fortsetzen? Wie wird sich das fortsetzen? Im Rahmen des Projektes werden wir regelmäßig solche Dinge machen. Deswegen, also auf der einen Seite ein Motivationsaspekt, auch so ein bisschen Belohnungsaspekt, wer gut mitmacht, hat solche Dinge. Und auf der anderen Seite Unterstützung für den Schritt ins Praktikum, in den Beruf. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, also insgesamt, all in all, sind es über die gesamte Laufzeit 1,7 Millionen. Der größte Teil kommt aus dem Europäischen Sozialfonds. Der Bund schießt auch noch 25 Prozent zu. Und der Rest wird Eigenleistungen, also Personal der Kommune, das sozusagen dort aktiv ist, und auch noch Eigenleistungen der Partner dadurch aufgebracht. Und wir versuchen, wir sind auch in Kontakt mit einigen Stiftungen hier in der Region, sozusagen auch nochmal an diesem letzten Viertel einen Anteil zu übernehmen. Wir sind da in sehr guten Gesprächen und werden auch von dort noch Mittel für das Projekt akquirieren. Insgesamt drei Jahre. Das ist die Laufzeit. Also es steht schon so in dem Kontext, unser Ziel als Kommune ist, für jeden Jugendlichen hier eine Lösung zu schaffen in der Stadt. Wenn es mal schnell geht, gut. Wenn es etwas länger dauert, haben wir auch einen langen Atem zu fördern, bis das Ziel erreicht ist. Eine gute Perspektive in Arbeit und Beruf. Und dieses Projekt steht hier in diesem Kontext. Und das können wir, glaube ich, auch mit diesem zusätzlichen Baustein noch etwas glaubwürdiger und nachhaltiger gewährleisten. Dass wir wirklich für jeden Jugendlichen hier eine passende Perspektive in der Stadt schaffen können. Jeder Jugendliche, ist das ab der achten Klasse jetzt? Das ist die primäre Zielgruppe jetzt. Ja, also um schon sozusagen nicht erst dann zu beginnen, wenn ein Jugendlicher bei uns im Jobcenter oder beim Arbeitsamt steht und sagt, ich habe keine Lehrstelle, muss mich arbeitslos melden. Sondern unser Ansatz ist eben präventiv, sozusagen frühzeitig zu beginnen, um die Jugendlichen zu orientieren. Wir haben ja auch noch einige andere Aktivitäten gemeinsam mit den Schulen. Das hat sich sehr bewährt. Aber eben auch dann ganz gezielt noch Hilfestellung zu geben, wenn absehbar ist, dass der Schulerfolg vielleicht in Gefahr steht oder sozusagen die Noten nicht so gut sind, wenn da noch etwas zu tun ist, um da einfach aktiv eingreifen zu können. Das steht natürlich im Zusammenhang mit der ganzen Angebotspalette, die die Stadt organisiert hat. Das Jugendamt setzt früher an, guckt die Übergänge von der Grundschule in die weiterführenden Schulen und betreut sie intensiver. Es gibt ein Patenschaftsmodell nochmal parallel, was auch im Jugendamt angesiedelt ist. Und das, was wichtig ist, ist eben, dass da ein roter Faden existiert und dass wir nicht als Projekte immer parallel laufen, sondern dass wir eine große Abstimmung haben. Und dass man dann auch so eine Form von, ja, insgesamter Förderung auch erkennen kann. Das gehört zu den Konditionen auch der Förderung, dass wir hier ein sehr engmaschiges Controlling machen. Und das entspricht auch so ein bisschen dem Ansatz, wie wir Dinge in unserem Amt angehen, bei der Kommune. Wir werden das relativ genau hinschauen, was funktioniert, was kommt auch raus. Wir werden das uns, wir sind ja über drei Jahre auch unterwegs, sicher auch lernen. Es wird immer auch Punkte geben, wo was nachzusteuern ist. Dafür haben wir hier eine sehr qualifizierte Projektleitung. Und ich werde mich auch sehr kurzen Zyklen sozusagen mit dem Fortgang des Projektes beschäftigen. Und wir werden natürlich, die Partner sind ja auch kritische Partner, die uns auch immer wieder mal hinweisen, da könnte es noch ein bisschen besser gehen. Und da müssen wir das vielleicht noch machen. Also da wollen wir auch gemeinsam in dem Projekt lernen und sehen, wie man das optimal dann auch umsetzt. Herr Gersen, möchte noch was ergänzen? Und wir können natürlich ganz konkret auch nachweisen, wo Verbesserung in der Schule stattgefunden hat. Wir fragen die Lehrenden in den Schulen auch ab, inwieweit tatsächlich sowas auch feststellbar ist. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich viele Jugendliche, die in Praktikumsplätze dann vermittelt werden. Auch das lässt sich nachweisen, wie viele das sind. Also das sind sehr, sehr konkrete Ziele, die man auch entsprechend nachweisen kann. Wir können uns ja vielleicht in einem Jahr oder etwas mehr auch nochmal hier oder an anderen Orten treffen, um einfach mal eine Zwischenbilanz Ihnen auch zu vermitteln und dann Ihnen auch vorlegen zu können, was wir erreicht haben und wo wir gerade dran arbeiten. Okay, dann darf ich Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit danken. Es wird jetzt gleich noch einen Fototermin im Stadion geben, unter anderem mit unserem Cheftrainer Ari van Lent, den ich hier schon zur Linken sehe. Und ja, dazu lade ich Sie dann auch jetzt gleich noch ganz herzlich ein. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und danke hier vorne in die Runde für die Vorstellung des Projekts. Danke.